Verliebt, verlobt und jetzt auch verheiratet. Unter uns Schauspielerin Claudel Deckard hat in dem schwedischen Sportmanager Peter Olsson ihren Seelenverwandten gefunden. Und wie könnte man diese ewige Liebe besser besiegeln als vor atemberaubender Kulisse und in einem traumhaften Kleid? Nach der standesamtlichen Trauung in Kopenhagen hat sich das Paar jetzt vor der Familie und 60 Freunden, darunter unter anderem Model Barbara Meyer sowie Wayne und Annemarie Carpendale, in einer emotionalen Zeremonie das Ja-Wort gegeben. Am Tegernsee in der Fährhütte 14 stecken sie sich die wunderschönen Ringe aus Weißgold an. Dabei passt der Brautstrauß aus Pfingstrosen doch perfekt zum Hochzeitskleid der 47-Jährigen, oder? Der hochgeschlitzte Traum in Weiß von Milanova setzt Claudel Dekolleté perfekt in Szene. Zu viel transparenter Spitze gibt's auch noch einen Wow-Ausschnitt am Rücken. Ein wirklich atemberaubendes Kleid, das Claudel da mit Tochter Romy ausgesucht hat. Na, bei diesem Anblick könnten wir auch nur so strahlen wie der glückliche Bräutigam Peter. Hand in Hand läuft der 59-Jährige mit seiner Angetrauten den Steg entlang, bereit ihr für den Rest des Lebens die Welt zu Füßen zu legen. Angetrauten Nachladen Angetrauten Jörg sisters